Balkonkraftwerke lohnen sich doch gar nicht und PV-Anlagen in Deutschland, das kannst ja sowieso vergessen. Hallo und herzlich willkommen zu Elektronikzeit. Sätze wie diese höre und lese ich immer wieder. Doch was ist dran an der Aussage? Gibt es hier zwei Fronten, die PV-Maximalisten und die PV-Gegner? Was würde ich konkret meinen Freunden oder meiner Familie empfehlen, wenn ich gefragt werde, ob sie sich ein Balkonkraftwerk kaufen sollen? Die wichtigste Frage ist, warum möchtest du ein Balkonkraftwerk kaufen? Was ist deine Intention? Ob sich etwas lohnt, muss individuell betrachtet werden. Was für den einen selbstverständlich ist, macht für den anderen rational gar keinen Sinn. Jeder hat hier unterschiedliche Gründe. Die häufigsten Intentionen sind Spaß, Unabhängigkeit, Umwelt und Klima oder Finanzen. Spaß. Ihr habt einfach Spaß an der Technik und an neuen Innovationen. Und analysiert und optimiert gerne euren Verbrauch bzw. eure technischen Lösungen daheim. Unabhängigkeit. Nach den letzten Jahren und der Energiekrise wollt ihr vorsorgen und unabhängiger von Strompreisschwankungen sein bzw. vielleicht sogar mit einer Speicherlösung euch bei Bedarf komplett autark versorgen. Umwelt und Klima. Jeder kann seinen Beitrag leisten, du möchtest deinen persönlichen CO2-Abdruck möglichst klein halten und erzeugst mit dem Balkonkraftwerk deinen eigenen Ökostrom. Finanziell. Du möchtest durch das Balkonkraftwerk möglichst viel Strom erzeugen und selbst nutzen, sodass der Strombezug aus dem öffentlichen Netz möglichst gering gehalten wird. Zu welcher Gruppe ihr euch am ehesten zugehörig fühlt, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Das wisst nur ihr. Bevor ich im Detail auf die Wirtschaftlichkeit eingehe, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Intentionen zu euch am besten passen. Eins, zwei, drei oder vier. Was antworte ich jetzt meinen Freunden? Wenn jemand Spaß an etwas hat, muss es nicht immer rational sein. Wenn es die örtlichen und rechtlichen Umstände erlauben und die finanziellen Möglichkeiten gegeben sind, warum nicht? Ein Balkonkraftwerk ist eine gute Sache. Das gleiche gilt auch für das Thema Unabhängigkeit und Umwelt. Beim Thema Unabhängigkeit sind die Kosten natürlich deutlich höher, da ein Speicher erforderlich ist. Aus finanzieller Sicht macht das wenig Sinn, jedoch hat die Unabhängigkeit und der autarke Betrieb seinen Preis. Auch der Umweltaspekt ist natürlich nicht verkehrt. Schließlich kann jeder einen Beitrag leisten. Wenn man es schafft, zumindest einen Teil der täglichen verbrauchten Energie selbst zu erzeugen, ist das auch schon ein Fortschritt. Beim finanziellen Punkt muss man doch schon ins Detail gehen. Die einen sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Die anderen argumentieren mit schlechten Erträgen, da wir in Deutschland zu weit nördlich wohnen und somit die Sonneneinstrahlung über das Jahr gesehen geringer ist. Um den Ertrag und die Einsparungen pro Jahr zu ermitteln, kann man einen PV-Rechner nutzen. Der ist kostenlos und einfach zu bedienen. Zum Beispiel den PV-Rechner der HTW Berlin oder das bekannte PVGIS-Tool. Die Tools berücksichtigen viele Faktoren, darunter auch die Sonneneinstrahlung. Der ermittelte Ertrag ist ein guter Anhaltspunkt für eine Betrachtung der Wirtschaftlichkeit. Wenn ihr mehr zu den Tools wissen wollt, schaut euch gerne meine Videos dazu an. Vor allem beim PVGIS-Tool schadet eine kurze Einführung nicht. Ich verlinke euch mal die Anleitung unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zum Fazit. Egal was euch dazu bewegt, ein Balkonkraftwerk zu kaufen, sei es die Freude daran an der Technik, dem Umweltgedanken, der Unabhängigkeit oder auch dem finanziellen Aspekt, ein Balkonkraftwerk lohnt sich immer. Rein wirtschaftlich betrachtet sollte man die Opportunitätskosten immer im Auge behalten und berücksichtigen. Ich hoffe, dass ich euch hier einen guten Überblick geben konnte und freue mich auf das nächste Video. Bis dann. Ciao, ciao.